hallo freunde grüße euch schön dass ihr dabei oder wieder eingeschaltet hat und ich habe ein neues unboxing vor euch und zwar habe ich mir ganz günstig also es ist einfach so bei ebay ein green screen geschossen von und zweitermaßen von 100 mal 160 300 mal 160 irgendwie so weit ich würde sagen dass man packen anpacken das auspacken aus holen das ganze aber das sieht locker flockig so sieht das aus zur lampe hat so gewebte muster wie ihr sehen könnt da steht es auch drauf und per green screen 1 x 16 ok ja ich hoffe doch dass das wie ich das ausgerechnet habe genau die größe hat von meinem schaumstoff matten hier ja und zwar von hier bis hin ans ende dass das genau dein passt ja und kann ich nicht aussprechen ich sage mal recht herzen dank fand schön deinen netten text weiß nicht wie du mich ja viel Glück gefunden hast aber respekt ja nicht jeder autonormale braucht ein wheelskin zuhause ja also muss da ein bisschen mehr hinter stecken vielleicht da in dieser richtung ok das ist ja deswegen grüße ich dich hiermit und ich danke dir für das zusenden und für den auch normalen coolen preis den ich mir gemacht hast was das versand betrifft und ja naja so das ist das war für das unboxing hier war es nicht halt mal ein kurzes dinge so sieht halt das ganze aus ich bin mal gespannt für die nächsten videos ich werde mich gleich mal direkt an der kamera setzen mit obs das sind jetzt auch mal so hallo hallo freunde des geilen youtube sport grüß euch euer virus falls euch dieses video gefallen hat dann lasst doch einfach mal ein schönes kommentar da für andere sachen gibt es da oben da oben und falls für mehr dann einfach unten mal den roten backen blicken und ich würde sagen danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal eurer malvee visions ciao becau